Not my department? Überwachungssysteme, Drohnen oder Hacking? Welche Konsequenzen folgen aus unseren Forschungen? Dieser Frage geht der 29. KS Communication Congress des Chaos Computer Clubs auf den Grund. It is our department. Der Deutschlandfunk berichtet konsequent auch in diesem Jahr live vom 29 C3 aus Hamburg. Am 27. und 28. Dezember um 16.35 Uhr in Forschung aktuell. Und am 29. Dezember um 16.30 Uhr in Computer und Kommunikation. Hintergrundinformationen, Interviews und Diskussionen sammeln wir für Sie auf unserer Webseite. Besuchen Sie uns unter www.deradio.de www.deradio.de Wir hören uns aus Hamburg.